Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Leute waren alles super nett, freundlich, sympathisch und empathisch. Das ist ja ganz wichtig, weil man ist ja hier in einem fremden Land. Die Sprache kann man nicht, die Schriften kann man nicht lesen. Das ist alles ganz, ganz anders. Aber die Leute, die nehmen einen im Arm und super. Ich kann Denter Prime empfehlen, allen, die Probleme mit Zähnen haben. Da kann man problemlos herfahren, man wird gut aufgenommen. Es ist einfach klasse. Wir haben Kronen gemacht, wir haben Inlays gemacht und wir haben zwei Implantate gemacht. Und jetzt habe ich wieder ein Hollywood-Lächeln. Das haben wir erreicht.